Wer bist du? Hä? Hä? Was zur Hölle ist mit den Leuten hier los? Ada schuldet mir jede Menge Antworten. Ja? Was für ein Affe. So. Thomas Miller mit seiner Ehefrau Agnes und Tochter Elisabeth. Bitte komm schnell zurück, wir werden dich sehr vermissen. Diese wirklich ganz komischen Fotos von damals. Ich möchte so ein Foto mit Erik auch irgendwann mal machen. Andi! So, dann spielen wir mal weiter. Ah, ist das ein tolles Spiel. Ist das ein tolles Spiel. Und das ist ganz ohne Taschenlampe, muss ich nochmal sagen. Ich drücke F, aber nichts passiert. Also, das ist mal erfrischend. Denn immer wenn du eine Taschenlampe hast, weißt du, du wirst sie irgendwann brauchen. Gucke ich mich nochmal... Ich gucke mich jetzt nochmal ein bisschen hier um, ne? Wie konnte der mir folgen, der Penner? Der muss ja auch hier irgendwo gewesen sein. Bin ich einzig die Einzige? Bin ich eigentlich die Einzige, die es Billiard immer aus Versehen schreit? Statt Billard, ich schreit immer Billiard. Äh, Schwesterherz? Okay. Ja. Dann gucken wir mal. Hier ist, äh... So, Choi. So, Choi. CF Brown. Okay. CF hatten wir ja auch schon gelesen. Aber nicht Brown, glaube ich. T. Miller. Hm. Hm. Ah, was ist das denn? Ein Brief. Äh, Giaccio. Einige von uns möchten nachts tatsächlich schlafen. Ähm, äh, Sie müssen nicht damit aufhören, Ihre Freundin in Ihrem Apartment zu schmuggeln. Aber bitte schallisolieren Sie Ihre Zimmer, Ihre schlaflosen Nachbarn. Oh. Ja. Da hat er mal ordentlich, äh, gewusst. A. Faust. Anne. Wir haben so lange wie möglich auf dich gewartet, aber es ist dir nicht mehr sicher. Wir haben alles abgeschlossen und sind mit einigen Leuten, äh, von Sigma nach Delta gegangen. Komm so schnell, du kannst zu uns in den Garten. Warte nicht, geh einfach. Und hier haben wir das Apartment unserer Schwester. Ja. Okay. Ja. Das ist Adas Zimmer. Sie hat nie gelernt, richtig aufzuräumen. Kann man das lernen? Was ist das denn immer? Kann man das lernen oder ist man vielleicht einfach so? Vorlein? Okay. Ein neues Feuer zähmen, um die Menschheit über ihre materiellen Grenzen hinaus zu erheben. Du hattest schon immer große Träume, Ada. Boah, ich bin da echt gespannt. Schon wieder sowas? Guck mal hier. Aha. Aha. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt irgendwie merken muss, äh, oder aufmalen muss, ob ich das hier später noch brauche. Da sind also über solche Zeichen drauf. Ein großes Apartment, die Ulle. Ja. Ich habe diese Fotos seit Jahren nicht gesehen. Wir waren bloß Kinder. Wann hat das aufgehört? Die beiden jungen Archer- oder Archer-Mädchen, aufgenommen von ihrer Mutter kurz vor dem Tod. Hey Rose, wo bist du? Ich habe dein Apartment gefunden. Wenn, wenn wir es lebend von diesem Schiff schaffen, muss ich wissen, was los ist. Du erwähntest zum Beispiel, ein Zukunfts-Du hätte mir den Brief geschrieben, der mich hierher geführt hat. Was soll das eigentlich bedeuten? Meine Forschung beschäftigt sich mit Schlupflöchern im Zeitfluss. Also werde ich in Zukunft diesen Brief schreiben und ihn irgendwie zurückschicken, um dich hierher zu bringen zur... Helios. Heilige Scheiße. Und ich glaube, ich weiß wie. Hör zu, Rose. Du musst mir ein paar wichtige Unterlagen beschaffen. Es gibt einen Geheimraum in meinem Apartment. Du musst ihn finden, während ich mich durch eine weitere Laborabteilung kämpfe. Ich gebe dir einen Tipp. Bühnen Mitte. Das... Das ist alles? Damit lässt du mich allein? Viel Spaß. Hä? Sag doch einfach. Oh Gott, ey. Ein Physik-Diplom, das Ada bereits 1883 verliehen wurde. Hä? Was ist... Was ist denn mit der, Ada? Boah. Was für eine Badewanne? Was ist ihre arme Freundin da? Da muss ich vor so einer kleinen Badewanne erhängen. Die hätte sich hier vor so einer fetten Badewanne erhängen können. Entschuldigung. Ähm. Ja. Also ohne Scheiß. Ich würde... Handabdrücke. Ich würde jetzt instant einmal kurz auswaschen natürlich, ne? Ja. Vielleicht noch ein bisschen Licht da oben, weil es ist schon ein bisschen düster. Und dann würde ich da baden gehen, ey. Voll geil. So. Ja, aber... Aha. Und Klopapier. Die hat da Klopapier geklaut. Ich sag's euch. Also. Bühnenmitte, ja? Wir haben... Hm. Das ist doch irgendwie sehr, äh... Guck mal hier. Dieser Kreis, der kann sich da bestimmt bewegen. Äh. Äh, die Frage ist nur, wie machen wir den denn auf? Äh, eine Kombination liegt hier überall rum, ne? In Form von diesen Dingern. Aber, äh, wo... Wo machen wir das denn auf? Warte. Bühnenmitte. Bühnenmitte. Lass mich kurz überlegen. Lass mich kurz überlegen. Ihr müsst irgendwo... Das sah sehr auffällig aus. Das ist es aber auch nicht. Also hier... Ne, doch nicht. Hm. Bühnenmitte. Ja. Bühnenmitte ist hier. Wo kann ich hier was eingeben? Was ist das? Oh. Okay. Ist das vielleicht ein Bild? Ah, jetzt geht's. Warte, das ist auffällig. Oh Gott! Um Gottes Willen, was ist das? Oh mein Gott. Ah. Okay, okay. Warte, 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 warte. Okay. Ähm. Puh. Äh. Da mach ich mir doch gleich mal Handyfotos. Auf mal, das ist jetzt wieder so ein bisschen so. Eins. Das ist immer sehr schön. Aber warte mal. Da sind zwei, zwei irgendwas ist da drauf. Merken wir uns das mal so. Und dann haben wir da hier nochmal so ein Ding. Und da ist... Ich weiß halt gleich die, äh, die Reihenfolge nicht. Ich guck gleich nochmal auf dieses Schriftding. Dann kommt das hier. Was ist das hier? Okay. Hoppala. Okay. Dann aber hier noch eins. Was ist denn sowas? Warte, ich mach das mal so, damit ich das sehe. Sowas ist das. So, der Zahlencode war... Das waren auch vier, ne? Vier Lichter. Warte mal. Was sind das? Drei? Oh, Entschuldigung. Vier. Okay. Ja, gut. Das hätte ich gemacht. Ich muss nur, äh, die Reihenfolge davon jetzt, äh, wissen. Wahrscheinlich. Okay, ich fang an mit dem linken. Dann, äh, okay. Ich hoffe mal, ich hab das jetzt schon richtig verstanden. Warte, ich hab hier eine Sache zweimal fotografiert. Okay. Ich kann nur das drehen? Ah, gut. Dann ist das ja noch einfacher. Ja, dann wäre das auf jeden Fall, äh, einmal... Äh, warte, stopp. Stopp. Das hier. Was ist das da hier? Was müsste das hier sein? Das ist... Äh, das komische Dreierding. Das hier. Das ist diese komische... Das komische... ...Dop-Dinge hier einfach. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll das da. So. Und dann haben wir... ...so einen. Das sind... ...auch die Zweier, oder? Nee, scheiße. Ich hab... Ich hab was verkehrt gemacht. Ja. Ich hab eins verkehrt gemacht. Ich hab was vertauscht. Das hier ist es nämlich, glaub ich, nicht. Ja. Okay, ähm... Das hier wär dann nämlich regulär die zwei. Okay. Ich verstehe, ich verstehe. Also, der hier ist nämlich jetzt... Ja, jetzt ist es richtig. Das hier. So. Dann haben wir ja, äh... ...dieses... ...hier. Ne? Und dann kommt hier dieser Boppel, der einfach ganz viele Boppels hat. Warte. Das ist jetzt dieses Zweierding. Da. Und dann kommt jetzt... Oh Gott. Warte. Das ist jetzt diese Drei. Ich hoffe, das ist richtig. Ach, gut. Entschuldigung. Juhu. Aha. Nee, komm, bitte nicht. Oh, scheiße. Ich kann mir einfach in so einem Spiel nix Geileres vorstellen, als das zu machen. Komm an Bord der Helios. Dann sehen wir uns wieder. Lachen zusammen. Ach. Ach. Deine Schwester ist jetzt ja da tot. Ja, ja. Das ist also ihr Geheimraum. Uh. Nicht schlecht. Ich meine, wie hat die den Geheimraum gebaut auf dem Schiff? Ich meine, äh... So, huh, äh... Okay. Hallo? So. Die Ein-Elektron-Theorie erreicht eine Wahrscheinlichkeit von 4 Sigma. Helios Forschungsergebnis verändert die Grundlagen der Physik. Mathematische Fortschritte erwiesen sich als korrekt. Dies ist eine Katastrophe, behaupten mehrere Universitäten. Was ist das? Huch. Was ist das? Wieso kann ich da nix machen? Das ist irgendwie komisch. Ich konnte da jetzt nix machen. Warte mal. Hier vielleicht irgendwas... Ich kann mich irgendwie ducken. Irgendwie springen. Ich bin verwirrt. Ich drücke die Maustaste, aber nix verheirrt. Das ist alles? Das sind die Forschungsunterlagen, mit deren Hilfe der Brief in die Vergangenheit reist? Ich hatte gedacht, die sind... Dicker. Wie läuft's? Ganz gut. Obwohl, ich glaube, ich habe einen Fehler in deinen tollen Berechnungen gefunden. So weit kommt's noch. Was hast du gefunden? Tja, du erwähnst masselose Gnomenvektoren, die sich mit relativistischen Löffeldimensionen überschneiden. Tja, 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 tja. Okay, ich verspreche es. Und was nun? Ich habe meine Aufzeichnungen in zwei Teile aufgeteilt. Du hast nur eine Hälfte davon. Ich bin dabei, die andere Hälfte zu holen. Ich muss nur durch die Biolabs und werde... Was? Verdammt! Ada? Ich bin eingesperrt! Ada! Ich bin in den Biolabs eingesperrt! Was ist los? Hallo? Ada! Ada! Verdammter Scheißempfänger! Finde heraus, was Adas Funk übertra... Oh Gott, nein, nein. Okay, gerade ist nichts passiert. Das heißt, es wird auf jeden Fall was passieren. Und ich weiß nicht wieso. Ich gucke auf das OBS-Bild, was genau das gleiche ist wie hier. Nur ganz leicht weit weg. Also, eigentlich ist es auch Vollbild, aber ein bisschen weiter weg. Ja! 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 Das ist wie verarschend. Hä? Mann, du Scheißspiel! Das heißt, es bleibt auf jeden Fall was... Oh Gott. Biolab, okay. Bioshocklab. Ja, ja. Das haben wir schon gesehen. Oh, das ist aber jetzt nicht gut. Ja. Hallo? Ah, unser Neuzugang. Es ist mir eine Freude, endlich mit Ihnen zu reden, meine Liebe. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Ich bin Nikola Tesla. Ich weiß, wer Sie sind. Verschwinden Sie. Ich muss mit meiner Schwester reden. Ich fürchte, das wird nicht möglich sein. Es ist Ihnen sicherlich nicht entgangen, dass die Helios unter strikter Quarantäne steht. Und damit diese Quarantäne funktioniert, kann ich Sie und Lead-Researcherin Archer nicht überall auf dem Schiff die Schutztore öffnen lassen. Der bislang entstandene Schaden ist bereits gravierend. Ich kann nicht zulassen, dass Sie es noch schlimmer machen. Daher müssen Sie beide an Ihren aktuellen Standorten bleiben, bis die Situation geklärt ist. Sie schließen uns ein? So sind wir leichte Beute für was auch immer da draußen ist. Seien Sie versichert, dass ich alles unternehme, um die Situation in den Griff zu bekommen. Genau. Und wie läuft's so, hm? Ein Schiff voller toter Wissenschaftler. Die berühmte Helios kurz vorm Untergang. Wo ist Ihre unbegrenzte Energie jetzt? Pff, Feigling. Entkommen Sie der Sperrung der Alpha-Quartiere. Jetzt kann ich hier rein. Interessant, ne? So. Ada! Geht's dir gut? Ada! Ähm, hi! Ich bin's wieder! Oh, du bist das. Großartig. Erst werde ich eingesperrt und jetzt das. Eingesperrt? Du auch? Wie ich? Ha! Tja, nun, ich hab einen Profitipp für dich. Such dir eine saubere Ecke. Eine, in die der Gestank des Todes noch nicht vorgetrunken ist. Das ist Schritt 1. Das ist nicht ganz die Hilfe, die ich erwartet habe. Kannst du mich hier rausholen? Tja, kommt drauf an. Wo bist du? Im Alpha-Quartier des Faraday-Bezirks. Eine Art Absperrtor kam herunter. Kannst du das öffnen? Was das angeht, kann ich mich darauf verlassen, dass du kommst und mir hier raushilfst. Meine Lage ist etwas komplizierter. Aubrey, die Tür. Bitte. Bitte, bitte. Geh und hol deine Schwester. Ich verstehe das schon. Familie zuerst und so. Aber weißt du, ich hab auch Familie und ich sitze immer noch in der Falle. Ja, hilf mir, dann helfe ich dir. Okay, Aubrey. Abgemacht. Hilf mir, meine Schwester zu finden, dann kommen wir dich retten. Versprochen. Fahrtfinder Ehrenwort. Ausgezeichnet. Also, du musst etwas Abstand von dem Tor halten. Dann kann der Zauber beginnen. Sag mir Bescheid, wenn du in Deckung bist. Okay? Sicher. Warte. Ja, ich bin in Deckung. Okay. Komm, ich guck. Ich lasse mir mal ein bisschen. Frau in White Shape. Chapel wurde brutal zerstückelt. Scotland Yard untersucht Zusammenhänge mit den beiden vorangegangenen Mörn. 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 Ist dies, das wäre keine Serie Mörders. Ich muss selber Pause machen bei der Aufnahme, ey. Entschuldigung. Ist natürlich nicht lustig, ja? Das ist nicht witzig. Nicht witzig, ja. Friedliche Schafe leben glücklich Gras fressen, aber böse Wölfe jagen die Schafe. Zum Glück kümmert sich der Schäferhund um die Wölfe. Und der Mensch belohnt den Schäferhund für die Erfüllung seiner Pflicht. Ich bin dieser Schäferhund und ich kümmere mich um die Wölfe dieser Welt. Oh, was haben wir denn hier schönes? Familienfutter der Browns. Carl Frederick Brown mit seiner Frau Astrid und ihr Junge Josephine. Wir sind so stolz auf dich, Carl. Ja. Er auch? Ja, jetzt kann ich da auch einen Code eingeben. Ich weiß aber nicht genau, äh, jetzt habe ich hier gar keine Anhaltspunkte. Profile Lover. Was? Was? Take a look at the maps and sketches. You will find the other folder. The shipwreck. Hm? Check the first A and then B. The B. Oh, shit. Das haben wir schon gelesen, ne? Komm, das muss doch irgendwie... Man kann sich das jetzt nicht einfach hier so stehen lassen. Der Hund, der... Oh. That evil wolf's... Okay. Also, Schafe essen Gras. Warte mal, ich gucke gleich so. Vielleicht ist das ja jetzt schon der Code. So. Wir gucken mal. So. Oh nein, nein, nein. Also, Schafe... Mal kurz gucken. Wer ist das da? Warte mal, das da ist der, äh, äh... Boah, das ist... Ich kann gar nichts sehen. Der Mann, okay, der Mann, der, ähm... Gibt den Wölfen die Belohnung, ne? Wölfe Mehrzahl. Warte mal, ich bin... Warte, Wölf... Das sind die Wölfe. Das ist Gras. Das ist der Schäferhund. Ne? Das ist das Schaf. Und das Schaf ist das Gras. Hier haben wir die Wölfe. Evil wolves come to hunt the sheep. Dann müssen wir wieder das Schaf nehmen. Ja. Und dann haben wir den Schäferhund. Der konfrontiert die Wölfe. Yay! Super! Juhu! Oh, upsala. Entschuldigung. Ich freu mich halt immer, wenn ich mal... Watrall. Von Ostrock. Ein Apartment in Ostrock. Okay. Kann ich vielleicht hier da irgendwie... Jetzt kommen wir nicht schon wieder so... Oh Mann, warum kann ich die Sachen... Warum... Ah, da war's doch grad. Da war's grad. Jetzt. Carl! Seid ihr auf der Hut? Das ist nicht wie die bisherigen Fälle von Erpressung. Diesmal könnte es ernst sein. Also Maßnahmen ergreifen, ja? Überbriefen Sie die Informationen von Whitechapel und dann scheren Sie sich fort, damit wir die konfrontierten Festnahmen organisieren können. Unter keinem Umständen sollten Sie mit Ostrock alleine sein. Vielen, viel Erfolg, Direktor Harn... Harnesk. Ich muss da ja auch eine Pause machen. Ich bin ganz so... Wovor ist das geschafft, da geht's? Ah, hier kann ich in Deckung gehen. Ostrock, sagt er, ne? Ist der hier? Oder kommt der noch? Unwahrscheinlich noch, ne? Ist der ja? Ach, doch, hier ist der. Ja. Ich mach gleich. Ist grad hier wirklich sehr, sehr wichtig. Was, denn Atmen? Mach keinen Scheiß hier. Lieber John, hier an Bord der Helios wird mein ganzer innerer Konflikt endlich in Schach gehalten und ich bin stolz darauf, dass die Versuchungen nicht mehr so viel Macht auf mich ausüben. Ich sehe die Frauen, aber in meinem geordneten Dasein an Bord der Helios kann ich mein Leben so strukturieren, dass die Disziplin obere Priorität hat. Und die Vorteile sind in jeden anderen Aspekt meines Lebens eingeflossen. Meine Forschungsarbeit war noch nie besser, meine Hand war noch nie ruhiger und meine Skalpelle haben sich noch nie so flüssig bewegt wie jetzt. An Bord der Helios zu kommen, war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Sofern deine Einladung von Wardenclyffe noch nicht vom Tisch ist, bitte ich dich, dringend sie anzunehmen. Die Medienberichte über die Helios waren nie fair, genau wie die über deine Arbeit in London. Wir machen hier großartige Dinge. Großartige Dinge. Ich danke dir, dass trotz der Entfernung, trotz der knappen Zeit, trotz all der vorherigen Komplikationen, die ich ertragen musste, unser Kontakt noch besteht. Bitte komm mich besuchen. Es gibt so viele wundersame Dinge, die ich dir noch zeigen möchte. Herzlichst Ludwig. The River of Time. Aha, der Fluss der Zeit. Wir sagen, dass wir durch die Zeit von der Vergangenheit in die Zukunft vordringen, so wie ein Schiff durch das Meer in unbekannte Gewässer vorstößt. Manchmal halten wir uns für stationär und beobachten die Zeit so, als würden wir auf einer Brücke stehen und beobachten, wie Laub und Ästchen den Bach hinuntertreiben. Ereignisse wie dieses, Laub und diese Ästchen, sie nähern sich aus der Zukunft, befinden sich kurzzeitig in der Gegenwart und verschwinden dann immer weiter in der Vergangenheit. Hallo? Nicht da hinten? Nein. Und hier irgendwas? Auch nicht, okay. Dann gucken wir mal das Bad zum Anruf. So. Okay. Hier habe ich jetzt sonst nichts übersehen. Wir wenn doch. Ja, dann gehen wir doch mal in Deckung. Das ist ein kleines extra. Die will ich dir in den Ballen. Okay, ich... Alles klar, los geht's. Hallige Scheiße! Aubrey! Das Tor ist beinahe explodiert! Ja, ich? Sorry. Tut mir so leid. Meine Schuld. Eventuell habe ich etwas zu viel Saft auf die Leitung gejagt. Ich bin gleich wieder da. Ich führe nur schnell ein paar Diagnosen durch und gebe Benni ein High Five. Seine Arme müssten hier doch noch irgendwo sein. Klingt fantastisch. Gute Arbeit, Aubrey. Wir hören uns später. Okay. Jetzt sind wir wieder hier, ne? Äh... Biolabs. Die sind auf jeden Fall nicht hier. Da muss ich einmal kurz zu so einer Shift-Card gehen. Der ist schön ruhig hier gerade. Warum? Warum ist es hier so ruhig? Deine Zeit ist gekommen. Es wird bald alles vorbei sein. Rotes Blut für das Blut der Zeit. Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Okay. Nein. Ein Blatt rein. Ein Ton raus. Ein Blatt rein. Die Zeit ist kein Fluss. Ein Ton raus. Die Zeit ist kein Fluss. Die Zeit ist kein Fluss. Die Zeit ist kein Fluss. Gehen sie dem Verrückten mit dem Messer aus dem Weg. Äh, ja. Okay. Was ist? White Champion Verbindung besteht hier. Ist das enthalten? Denk mal aufrecht, ob ich die Anweisung für die Gewandung... So, da war die Gewandung. Okay. Ich bin der König. Schiss, schiss, halt die Fresse, Aubrey. Frisse, frisse, frisse. Hier wurde gerade ein Mann von einem Psycho mit einem Messer ausgeweitet. Oh nein, das ist Ludwig. Das sind wirklich schlechte Neuigkeiten. Wirklich, wirklich schlecht. Hol mich hier raus. Oh, okay. Geh zum Eingang der Bahnstation. Ich überlege mir in der Zwischenzeit was. Kannst du mich dabei zu den Biolabs lotsen? Da ist meine Schwester eingesperrt. Wenn sie nicht zu mir kommen kann, dann komme ich zu ihr. Geh einfach zu den Bahnhofstoren. Ich bin an den Toren. Mach sie auf. Aber diesmal leise. Jawohl, Madame. Bitte schön. Wer ist da? So klar. Es war so klar. Ja. Dann haben wir sowas... Oh Gott, jetzt haben wir... Scheiße! Wohin jetzt, Aubrey? Äh, renn! Renn einfach! Gott verdammt, Aubrey! Ähm, war das jetzt richtig? Ups. Oh. Ja. Ah! Oh, ich war nicht richtig! Ach, ja, äh, das Spiel, äh, ist... Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sowas kommt. Okay. Ah! Oh, scheiße. Ich bin nicht rübergekommen. Tja, aber sieht man sowas auch nochmal, ne? Der Ludwig... ...mit der sehr coolen Synchronstimme. Ähm... Ja. Heidegeschoss. Und ich hab jetzt grad die Maus gedrückt, ne? Ich muss das... Ich drück jetzt die ganze Zeit wild die Maus. So. Ja. Ja. Dann überlegen wir mal. Da kommt jetzt ja das Bildungszeichen. Scheiße! Wohin jetzt, Aubrey? Äh... Renn? Renn einfach! Gott verdammt, Aubrey! Ich hab's! Am anderen Ende des Bahnhofs! Das andere Ende! Der letzte Bahnwagen! Spring in den letzten Wagen! Am anderen Ende des Bahnhofs! Los! Du! Du gehörst mir, Rose! Es ist alles deine Schuld! Hä? Ähm... 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 Was hat er jetzt gesagt? Der hat meinen Namen? Warum? Warum? Oh. Er ist einfach doof. Steigen. Benni? Hä? Wer ist Benni? Okay. Das ist ja interessant jetzt. Kapitel 4. Das Werk des... Deadlix. Äh... De... De... Da... E... Dallus. Dallus? Hey, ich bin's, Aubrey. Hat sich deine Schwester gemeldet? Nein. Ich mache mir Sorgen. Sie hätte sich längst melden sollen. Die Sperre blockiert wahrscheinlich das Funknetz. Wahrscheinlich geht es ihr gut. Also... Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu fragen, woher Ludwig deinen Namen kannte? Vielleicht hat er mich mit jemandem verwechselt. Ich möchte lieber nicht darüber nachdenken. Trotzdem... Er wusste deinen Namen. Also muss er irgendwie verstehen, was los ist. Äh... Aubrey? Hilfe! Bin schon dabei! Festhalten! Er bewegt sich immer noch, Aubrey! Halt den Wagen an! Ich versuch's! Ich versuch's! Bist du im Feuer hier? Wir werden gerüstet! Aubrey! Ja, komm, wir... Schon wieder? Spreng! Spreng, Rose! Sehr... Oh, Mist! Vorsichtig! Rose! Geht es dir gut, Rose? Das... Das war knapp. Oh, Gott sei Dank! Gott sei Dank! Danke, Aubrey. Das hätte schief gehen. Also, wo bin ich? Ich hab gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Welche willst du zuerst? Die schlechten zuerst. Immer. Also gut. Ich dachte, ich könnte dich bis zu deiner Schwester in den Biolaboren bringen. Aber offensichtlich wird das nicht passieren. Die gute Nachricht ist, ich weiß exakt, wo du hin musst, um in die Labore zu gelangen. Außerdem kann ich dich hiermit unterstützen. Ein Licht am Ende des Tunnels. Verstehst du? Ein Licht am... Das klingt schaffbar. Ich werde einfach ins Licht gehen. Großartig. Ich werde hier ein paar Dinge in Ordnung bringen. Ich melde mich später. Hier brennt's und da läuft das Wasser. Ich hab dir gesagt, sie wird's kapieren. Ins Licht gehen. Ja. Ich mach jetzt aber hier mal eine Aufnahmpause, damit ich das nämlich noch schneiden kann. Und dann nehm ich morgen... Entschuldigung. Morgen dann weiter auf. Bis hierhin schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin sehr glücklich mit dem Spiel. Und ich muss mal wirklich sagen, ich bin mir, glaube ich, diesmal sehr... Nicht sehr sicher, aber fast sicher, dass viele von euch das auch mögen würden. Weil ich glaube, das trifft unser aller Geschmack, wenn ihr den Kanal schon länger verfolgt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.